Erstens ist es mega cool, dass wir jetzt im Finale sind. Das war eigentlich unser Ziel, dass wir im Finale kommen. Das gehen wir natürlich für den Titel. Wir haben im zweiten Satz etwas tief gehabt, aber das haben wir eigentlich gut nachher wieder kompensiert. Wir haben gesehen, wir müssen wieder ungewisse Spiele kommen. Und das haben wir super geschafft. Und jetzt gehen wir für Gold. Also wir sind sicher jetzt schon mal zufrieden, dass wir im Finale sind. Aber unser Ziel ist wirklich, dass wir jetzt Gold holen können. Und wir werden morgen alles dafür machen, dass wir diesen Titel holen können. Also für mich, ich möchte schon recht viel Verantwortung haben, eben auch auf dem Feld. Aber das Niveau ist mega cool. Es ist mega cool zu spielen. Es sind knappe Spiele. Ich meine, ich habe es gesehen im Finale. Es ist in der normalen Schwesterliga. Und es dann auch so knapp zu spielen. Es ist cool. Es braucht wirklich so die letzten Punkte, die du wirklich machen musst, damit du dann auch gewinnen kannst. Ja, ich spüre es ein bisschen. Aber das kann ich ausschalten. Die Adrenaline ist voll da. Wir gehen einfach voll morgen. Mit uns gute Regenerationen führen, gutes Stretching machen, gut essen. Und dann bin ich morgen wieder voll bereit. Also ich denke, wir können auf unsere Annahme und unsere Defense mega zählen. Und vorne, wir sind einfach gleich mit dem Spielen. Und so werden wir morgen gewinnen. Wir sind einfach mit dem Spielen.